Ja, lass ich den Brot in Ruhe, ist mir gerade klar. Die besten Gäste, da kann man gar nichts mehr erzählen. Also da versagt schon, wenn ich da greife ich ein. Okay, warte mal, die haben wir fertig angeschnallt, das passt, gell? Passt. Du fühlst dich wohl? Ich fühl mich wohl, ja. Ich fühl mich wohl, ja. Und dann sollen wir mal den Steilkopf an pfeifen? Das haben wir ruhig gemacht. Ich hebe alles aus, in der Hinsicht. Ein gutes Gefühl. Was auch immer noch ganz nett ist. Kann man kurz fern. Ui, schön, oder? Das tut mir im Kreuz gut. Ich spüre sie, ja. und da weg aus dem Land. Unser Klubspotor ist Schlauverein am Reistein. Wenn wir da eben ein bisschen niederer rüberfliegen, über den Granimittel-Spielplatz. Aber dann schaue ich, dass ich ein bisschen ziehen und mit den Bremsklappen, mit dem Spiel da dazwischen, jetzt habe ich die Bremsklappen draußen, mit der Schrecken dann, schaue ich, dass ich mir da eben den Landeantruck sauber einteile. Ah ja, ja, ja. Hahaha, passt schon.